So, liebe Leute, weiter geht's heute bis vor es dann zum Topspiel gegen München gegen die Bayern geht. Heute mit dem Duell in Stuttgart weiter. Los geht's. Ja, jetzt kommt Stuttgart, wie gesagt, und dann kommen die Bayern. Das heißt, wir werden ein bisschen rotieren müssen, aus Gründen, weil ich will mit der ersten Kapelle gegen die Bayern auflaufen. Das ist das große Ziel. Ist, was ich da jetzt irgendwie ja noch verletzt, geht halt Stuttgart erstmal zweitrangig. So, Kakuta Lua rein. Wie gesagt. Bis vor da irgendwas passiert. Deswegen ein bisschen rotieren. Und deswegen gehen einfach erstmal einige Stammkräfte raus. Das hat nichts mit ihnen zu tun. Das ist einfach nur, wir wollen unbedingt, wir wollen unbedingt gewinnen. Klar, auch mal der zweiten Kapelle die Chance geben. Wir wollen das Bayern-Spiel gewinnen. Das wäre das Wichtigste. So, ich gucke dir gerade, ob mein Nico an ist. Ja, ist an. Na gut, auf geht's. Willkommen in der Mercedes-Benz Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel. Durch das Spiel begleiten Sie, wie gewohnt, Wolf Fuss und Frank Buschmann. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Das verspricht, eine richtig interessante Partie zu werden. Buschi? Interessante Geschichte hier, Wolf. Ich kann losgehen und wir freuen uns auf eine reizvolle Begegnung. Ich bin ein Spiel aus der Bundesliga. Amen. So, die Stuttgart schwört sich nochmal ein, Bier auch, vor diesem wichtigen Spiel morgen gegen die Bayern. So, auf geht's. Ins Match, ins Stuttgart. So, können wir heute auch den nächsten Gegner niederzwingen. Bayern niederge- äh, der Speyer, der. Na ja, sowieso, aber Dortmund, Leverkusen, allesamt auswärts. Ja, fast nur auswärtsspiel heute, ne? Fährt mir gerade aus. Ich glaube, die einzige Union war ein Heimspiel. Das wird sich auch nicht ändern. Da hat er die Chance. Und Zeug aus. Wir werden nur Union als Heimspiel haben. Alle anderen Spiele werden heute auswärtsverführen. Piri, 0-1, 6er. Yes. So kann man schon mal ein gutes Zeichen setzen. Die 2er, keine Chance für den Keeper, 0-1. Ja, Finger, wie gesagt, schon mit dem... Auswärtsspiel in Dortmund, anderen kamen. Die Union als Heimspiel, auswärts Leverkusen, auswärts Stuttgart. Ähm... Ja, und jetzt halt auswärts dann noch die Bayern dann im nächsten Spiel. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie's hier weitergeht. Mal gucken, wie's ausgeht. Also, Fakt ist, wir führen 1-0 in Stuttgart, nach 5 Minuten, nach 6 Minuten, wenn man es so sieht. Klappen über der 5 Minuten, 5 Minuten, 6 Minuten Marke. Sehr gutes Technik, das war wichtig. Kaku Talur. Mal da... ...auf dem Spielfeld. Das war eine Flanke, die ein bisschen sehr nah anzog. Wie heilowitsch. Das könnte... Mindestens Geld gehen. Und auch. Fischer, der Rechtsverteidiger, das ist so ziemlich gut. Ja, gut gemacht. Jetzt wissen hier alle, woran sie sind und können sich darauf einstellen. Uh. Ganz sicher. Die Chance jetzt hier vielleicht für den Außenseiter. Schauen wir mal, was sie draus machen. Kurze Ecke. Was für eine Chance. Kaltur. Wenn wir um ein Haar den Ausgleich gehabt. Na ja, kein guter Ball. Ah, das darf nicht passieren. Der war einfach für wen anders am besten wieder. Aber passt. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer Arena. Wir geben rüber, jetzt ist ein Tor gefahren. Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Neuer Spielstand damit 1 zu 0. 21 zu Leverkusen. Danke für das Update. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Völlig frei. Das ist die Pelle. Na, Hort. Der ist einfach, wo es zur Spielpraxis ist. Natürlich alles richtig bleibt ruhig. Mach zu. Hält den Ball. Hat ihn. Wieder so ein Fehlding. Jetzt könnte Stuttgart vielleicht über außen kommen. Na gut, er hat zwei Jahre jetzt gespielt in der zweiten Liga. Bundesliga ist wieder eine andere Geschichte. Aber das wird Gelb-Rot geben. Tschüss. 28. Geld-Rot. Fischer. Klar. Das heißt, es ist Feierabend. Ampelkarte. Bitte. Du bist gewarnt und gehst trotzdem so rein in den Zweifelkampf. Viel zu spät gekommen. Die Geldbrote Karte ist richtig. Da hatte die Schiedsicht der Redner. Da fehlt gegen die Bayern. Jetzt der Versuch. Toller Freistoß. Tolle Parade. Ah, in der Szene war eine Menge drin. Scheiße. Guck. Er drittet nach innen. Er geht dazwischen. Ja, schön gemacht davon. Ja, guter Lua muss das gewesen sein. Klasse ausgeträgt. Guck. Den hat man gar einfach mal so drücken. Durchmarschieren. Wir schauen noch mal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Stach war auch zu uns. Einfach viel zu einfach durchmarschieren lassen. Ja, mach mal ruhig. Passt schon. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1, 2, 1. Es könnte das Führung Tor. Aber. Riederfelder hat das Ding enttäuscht. Er geht in den Strafraum. Halbherzig geklärt. Gut. Guck. Guck. GrassconRecord. Rettung. penst rhythmisch. in der bayern hat sich was getan es ist ein tor gefallen wir gehen kurz über ins studio ja wir haben hier das erste tor für union berlin der deutsche spielstand damit 1 zu 1 gespielt sind 41 minuten keine chance gibt aber 21 das ist viel zu einfacher da ist er einfach gedanken schneller als die verteidigung ja in der tat viel zu schnell von dem abschluss auch noch nicht so jetzt kann noch mal eine karte hinterher geben das ist nur geld sich auch so die richtige entscheidung in dieser szene ja keine chance man kommt überhaupt nicht da hinten in die zweikämpfe wir hören den pausenpfiff und damit war es dass wir also in diesem ersten spiel aufsteht so also stuttgart führt nach sechs minuten ist toll aus herr beleidigt sich in die bayern 01 man liegt selber hinten ja und jetzt wird natürlich fleißig durch wechseln müssen das wird jetzt passieren so das wird natürlich jetzt klar sein was jetzt passieren wird man muss jetzt ein bisschen auf muss jetzt denken komplett mal neu umstellen und es wird jetzt auch passieren mehrere wechsel jetzt ausrichten der durchgabe läuft das schon hat auf jeden fall nichts gebracht man liegt hinten jetzt mal gucken was der erste umzug jetzt versucht das ist ja gutes tag mich dafür ließ gut gemacht obermeer ja fängt diesen ball ab und dann ist es marina der verhindert den ausgleich dieses frühe störe 22 da hat er sich abgesetzt und die verteidigung schlecht aussehen lassen er war einfach zu schnell für sie und versenkt das ding eiskalt und sie sind wieder im spiel nach diesem ausgleich zum der fakt ist dass sie auf jeden fall erst mal der ausgleich gefallen ist eigentlich ist es besser wenn es unentschieden ausgehen würde wir sehen wir die nächste fahrung in der bundesliga eingeblendet für den vfp stuttgart dann geht es auswärts gegen bayern leverkusen das hat doch das zeug zum klassiker wenn man nicht weiß so und plötzlich führt der ball für bayreuth aber sie kämpfen so funktioniert nicht aber die top-torjäger da vorne treffen 23 für den führer nachgesetzt jetzt macht er seine tore 6 56 66 vorbei er hatte war gute aktion die heilowitsch 33 ich habe noch die wiederholung da setzt er sich durch und hier sehen wir wie er die gesamte abwehr einfach abhängen also kalter mal durchmarschiert mann 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 und mit diesem tor ist das spiel auch auf der anzeigetafel wieder ausgeglichen eine enge eine spannende partie haben wir alle wird ja gar nicht durchmarschiert ist gegeben und dann ist es plötzlich jetzt ein eckball und viele kippen sie die führung hier herz eckball da sehen kann man kräftig und jetzt wollen sie wechseln ball ist erst mal wieder raus ob sie erst mal der neue spielstand lautet damit also zwei zu eins gespielt sind noch 50 minuten danke für dieses kurze update bisher ist hier mann also wenn sie das ding am ende nicht gewinnen legt es zumindest nicht an den fans die geben alles und machen nochmal richtig tolle stimmung 3 zu 3 der spielstand kurz vor schluss schauen wir doch mal kurz auf die nächste partie der nächste gegner der stuttgarter er heißt bayern 04 leverkusen wenn sie sich ähnlich reinhängen wahnsinn meine frisse klasse timing hier gut dazwischen gegangen ja setzt gut den körper ein und das war und da müssen sie einfach mehr draus machen eine minute wird jetzt noch oben für das ist das ende ist ja 3 3 der entschuldigt siegserie ist gerissen sieger verdient sehr ausgeglichen man hat bei abstiegskandidat stuttgart beide dürfen mit diesem punkt gewinn zufrieden sein oh meine naja kleiner rückschlag auf jeden fall meine meine nicht eingeplant wir hatten ja am ende noch dort die chancen aber wenn ihr früh mit einem man weniger bist und wie gesagt der keeper hat einfach alles gehalten was da irgendwie auf seinem kasten kam gefühlt alles zumindest die bayern sind also quasi wieder nach dem sind wieder weg oder sind die Tabellenführer immer noch sind die wieder Tabellenführer oder sind wir sind dann wieder äh ne wir sind immer noch dran aha die beiden haben sogar verloren noch ein Spiel irgendwo also gut wir sind trotzdem weg also auf jeden Fall können wir mal gewinnen äh müssen wir gewinnen dann wären wir tatsächlich dann wären wir tatsächlich fünf Zähler weg bei noch neun ausstehenden Spielen naja gucken wir mal wir sehen uns in der nächsten Folge wieder morgen in München und dann hoffen wir dass wir da auf die fünf Punkte weggehen und dann hätten wir es wahrscheinlich vielleicht mal gucken tschüss 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 tschüss